Wir sind Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern und wir sind gerne Urlaubsland. Viele Menschen kommen gerne zu uns, weil wir über unglaublich schöne Natur und Landschaft verfügen. Viele Menschen kommen gerne zu uns, weil wir gastfreundlich sind. Viele Menschen in unserem Land leben vom Tourismus und deshalb freuen wir uns, dass wieder Gäste zu uns kommen. Wir setzen auf sicheren Tourismus, wir setzen auf Gastfreundlichkeit. Wir sind Urlaubsland. Seien Sie dabei, zeigen Sie Herz!